Willkommen zum Remake des allerersten Alt-V C-Sharp Tutorials. Ähnlich wie bei der RageMP Tutorial Reihe möchte ich heute nochmal den ersten Part der Alt-V Tutorial Reihe neu erstellen und euch zeigen wie ihr bei euch lokal auf dem Windows PC einen Alt-V Server am Laufen bekommt und wie wir dann mit der Hilfe von C-Sharp und später kleinseitig JavaScript einen eigenen Game-Mod für Alt-V erstellen können. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt und euch Alt-V generell interessiert, lasst doch gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal da und alle wichtigen Links, die wir hier benutzen, findet ihr später unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr im Laufe dieser Tutorial Reihe Hilfe brauchen oder habt Fragen, dann könnt ihr auch gerne auf meinen Discord kommen. Diesen Link findet ihr auch eben unten in der Videobeschreibung. Hier findet ihr zum Beispiel den Channel Ticket Support. Wenn ihr irgendwo Hilfe braucht, könnt ihr gerne ein Support Ticket aufmachen oder ihr nutzt einfach die Channels hier unten unter Dev, zum Beispiel Client-Site, C-Sharp oder Server-Site, C-Sharp, um Fragen zu stellen und wir schauen dann, ob wir euch weiterhelfen können. Was brauchen wir alles für diese Tutorial Reihe? Natürlich brauchen wir erstmal die Server Dateien von Alt-V und hier nutze ich in der Tutorial Reihe immer die Release Version. Ihr könnt aber auch die RC oder die Dev Version nutzen. Da gibt es halt vielleicht schon früher neue Features, aber die Release Version reicht uns. Und hier nehmen wir die Data Files mit, das JS-Module, JS-ByteCard, Module, C-Sharp-Module und die Sample-Server-Config. Meinetwegen könnt ihr auch das Example-Resource-Pack mitnehmen, das brauchen wir aber eigentlich nicht. Das Ganze für Windows und dann sagen wir Download Server. Dann wird hier der Server für uns bereitgestellt. Und hier unten seht ihr noch die Client-Requirements und die Server-Requirements. Gut. Das dauert einen kleinen Moment, je nachdem wie viel ihr anhakt. Dauert das länger oder kürzer. So, irgendwann beginnt dann der Download. Das sieht dann so aus. Alt-V-Server. Dann haben wir schon mal den Alt-V-Server runtergeladen. Und als IDE benutzen wir Visual Studio der Version 2022 in der Community Edition oder Visual Studio 2019 der Community Edition. Schaut euch dazu das andere Tutorial an, wie ich erklärt habe, wie man Net Framework 6 in Visual Studio 19 zum Laufen bekommt. Dann brauchen wir noch ein Punkt Net. Wir nutzen jetzt hier aktuell in der Version Punkt 6.0. Es kann natürlich sein, dass es ein Update gibt und schon neuere Versionen verfügbar sind. Dann könnt ihr einfach die neuere Version nehmen. Und für den klientseitigen Code werden wir in dieser Tutorial-Reihe Visual Studio Code benutzen. Auch das steht natürlich unten in der Videobeschreibung. So, wir starten einmal den Visual Studio Installer, wenn ihr den heruntergeladen habt. Das Ganze wird dann installiert und wir müssen gleich ein paar Installationsparameter mitgeben, welche Sachen wir denn gerne installiert haben möchten. Dann öffnet sich dieses Fenster hier. Und wir brauchen auf jeden Fall die Punkt Net Desktop Entwicklung. Hiermit erstellen sie BPF, Windows Forms und Konsolen-Anwendungen mit Hilfe von C Sharp. Mehr brauchen wir nicht. Wenn ihr noch andere Sachen haben wollt, könnt ihr die natürlich auch anhaken und einfach mit installieren lassen. Das Ganze benötigt jetzt gerade bei mir 7,73 GB. Ich klicke auf Installieren. Das dauert dann einen kleinen Moment und ich lasse es einmal downloaden und installieren. So, wenn das Ganze installiert ist, müsst ihr euch eventuell einmal mit eurem Windows Account einloggen. Oder es geht auch so und dann öffnet sich dieses Fenster hier. Dann werden wir später noch einmal darauf zurückgreifen. Zuerst einmal navigiert ihr zu einem beliebigen Ordner, wo ihr einen Server-Ordner erstellen wollt. Das ist bei mir hier im Tutorials-Ordner. Ich bestelle hier einen Ordner, den nenne ich einmal alt-wie-2023. Und dann nehmt ihr euch die heruntergeladene Datei von eben, die alt-wie-serverpunkt-zip-Datei. Und kopiert einfach den ganzen Inhalt einmal hier rein. Könnt die Datei wieder schließen. Wie ihr seht, habt ihr dann hier den Modules-Ordner. Hier sind die JS- und C Sharp-Modules drin. Den Data-Ordner, den soll ich die Claws gespeichert. Und der wichtige Ordner, der Resource-Sys-Ordner mit dem Chat und so weiter. Wir werden hier wahrscheinlich alles einmal rauslöschen, außer den Chat. Den können wir gebrauchen. Und wir haben die Server-Punkt-Tommel. Hier bei Alt-wie, seit dem vorletzten oder letzten Update, gibt es keine CFG-Dateien mehr, sondern Tommel-Dateien als Konfig-Dateien. Die könnt ihr ganz normal mit einem Editor öffnen. Und dann könnt ihr hier, wie gehabt, die Einstellungen vornehmen. Was wir hier jetzt einmal machen werden, ist, ihr könnt hier den Namen von eurem Server einstellen. Ich sage jetzt hier einfach mal Alt-wie-Tutorial-2023-nemisus.de. Den Port könnt ihr einstellen, die Players, die setzen wir mal auf 5. Ein Passwort, Announce, Token, welchen Game-Mod-Typen ihr habt. Dann schreiben wir mal rein, Roleplay, eure Homepage, nemesus.de, eure Language.de, die Description, Tutorial-Server von nemesus.de, dann die Modules, die könnt ihr so lassen. Und die Resources, da löschen wir erstmal FreeRoom raus. Dann STRG-S zum Speichern und es ist soweit fertig. Wir werden hier in den Resources-Ordner später noch einen weiteren Ordner erstellen, wo wir dann den kleinseitigen Code erstellen werden und den zauberseitigen Code. Und dazu gehen wir einmal zurück nach Visual Studio und klicken hier unten rechts auf Neues Projekt erstellen. Und gehen dann hier auf Klassenbibliothek C-Sharp. Wenn ihr das nicht habt, hier oben bei alle Sprachen C-Sharp auswählen. Und das müsste dann das zweite von oben sein, die Klassenbibliothek. Dann klicken wir auf Weiter, geben unserem Projekt einen Namen. Ich sage jetzt einfach mal Alt-V-Tutorial-2023. Wählen den Ort aus, wo wir das Ganze speichern wollen. Dazu gehe ich jetzt in den von mir neu erstellten Ordner von gerade. Alt-V-2023 und gehe in den Resources-Ordner. Wähle den aus, sage Ordner auswählen. Und hier drin wird dann ein Ordner erstellt, der heißt Alt-V-Tutorial-2023. Dann sagen wir hier noch den Haken setzen. Und dann haben wir nämlich in Tutorials, Alt-V-2023, Resources, im Alt-V-Tutorial-2023 unsere Ordnerstruktur. Wir gehen auf Weiter, sagen Punktnet 6.0. Außer ihr seid schon auf 7.0. Dann wählt ihr 7 aus. Sagen erstellen. Das dauert einen kleinen Moment. Und wir sehen uns gleich in der IDE wieder. So, das Ganze müsste bei euch jetzt so aussehen. Neuigkeiten könnt ihr zumachen. Und hier habt ihr dann einmal euren Editor, wo ihr den Code bearbeiten könnt und seht. Und rechts habt ihr den Projektmappenexplorer, wo ihr euer Projekt seht und die Klassen, die wir innerhalb dieser Tutorial-Reihe erstellen werden. Wir machen einen Rechtsklick auf unseren Projektnamen. Und gehen dann hier unten auf Nougat-Pakete verwalten. Wir brauchen natürlich noch das passende Nougat-Paket für Alt-V. Und dazu gehen wir hier oben auf Durchsuchen. Geben hier ein Alt-V. Und klicken erstmal auf Alt-V.net. Dort, da wir auf der Release-Version sind, und zwar auf der neuesten Release-Version, nehmen wir uns auch die aktuellste stabile Version. Ihr seht, hier gibt es ganz, ganz viele verschiedene Versionen. Wir sind auf der Release-Version. Wir wollen auch die Release-Version haben. Klicken auf Installieren. Dann kommt hier ein Fenster, was installiert wird. Wir sagen, OK. Dann wird es installiert. Dann können wir noch Alt-V.net.shared installieren. Auch auf der stabilsten Version. OK. Async brauchen wir später auch noch. Installieren. Und was wir auch noch brauchen, ist die Chat-API. Alt-V.net.resources.chat API installieren. So, wenn wir das alles installiert haben, haben wir erstmal alle notwendigen Nougat-Pakete installiert. Und jetzt können wir nämlich auf die Funktionalitäten von Alt-V.net zugreifen. Und dazu springen wir einfach mal in eine Klasse von uns. Und zwar Class1.cs. Bevor wir dann mit dem eigentlichen Code anfangen, machen wir einmal einen Doppelklick auf unseren Projektnamen. Dann öffnet sich hier diese Alt-V Tutorial Config. Und hier müssen wir etwas reinkopieren, damit zum Beispiel keine unnötigen Ordnerstrukturen erstellt werden. Und dazu habe ich euch natürlich auch schon mal einen Link vorbereitet. Das Ganze kommt hier in die Property Group. Der Link steht unten in der Videobeschreibung. Das ist hier von Payspin Option für Alt-V Part 1. Einfach einmal die beiden Funktionen hier kopieren. Und das kopieren wir hier in die Property Group rein. Einfach Strang-V. Einmal natürlich nur. Und das Ganze wird mit Strang-S dann einmal gespeichert. Ich habe es jetzt hier auswählen zweimal rein kopiert. So soll das Ganze dann aus. Wie oft habe ich euch hier rein kopiert? So. So soll das Ganze dann aussehen. Und jetzt müssen wir noch ein paar andere Einstellungen vornehmen. Und zwar, wo ist euer Root-Directory von dem Projekt? Wie wird das gestartet? Und dazu öffnen wir einmal die Einstellungen von dem Projekt. Um die Einstellungen oder Eigenschaften zu öffnen, machen wir einen Rechtklick auf unser Projekt. Gehen hier unten auf Eigenschaften. Und können hier ein paar Einstellungen vornehmen. Bei Ausgabe-Typ bleiben wir auf Klassenbibliothek. Ziel-Framework. Wählt ihr euer .net-Framework aus. Und dann gehen wir mal hier oben auf Eigenschaften suchen und geben Output ein. Dann haben wir hier den Basispfad für Ausgabe. Dort klicken wir auf Durchsuchen. Gehen zu dem Ordner, den wir eben selbst erstellt haben. Und dort in den Resources-Ordner. Und wählen hier den Ordner aus, den wir erstellt haben. So. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir das hier wieder weg machen. Gehen auf Build. Und schauen uns das einmal hier an. Hier könnt ihr eure Ziel-Plattform auswählen. Wenn ihr eine X64-CPU habt, dann könnt ihr das auswählen. Oder wenn ihr nur auf 32-Bit unterwegs seid, nehmt ihr halt eure Möglichkeiten hier. Zu guter Letzt gehen wir noch einmal auf Debuggen. Dann sagen wir hier bei Allgemein. Öffnen der Benutzeroberfläche von Debug-Start-Profilen. Und hier können wir jetzt unser Arbeitsverzeichnis auswählen. Dann klicken wir hier auch mal auf Durchsuchen. Aber ihr könnt natürlich auch hier unten oder ihr könnt das Profil einmal löschen. Wir können ein neues Profil erstellen. Sagen Ausführbare Datei. Dann gehen wir hier auf Durchsuchen in unseren Ordner. In den Hauptordner wählen die Alt-V-Server-Exe aus. Als Arbeitsverzeichnis wählen wir einfach den Hauptordner aus, den wir eben erstellt haben. Tutorials. Dann sehen wir hier aus Alt-V-Tutorial. Dort, wo auch die Exe ist. Und das Ganze reicht. Das können wir speichern mit STRG und S. Genau wie wir das auch speichern können mit STRG und S. Und das können wir schließen. Jetzt können wir hier oben in unserer Projektmappe eine neue Klasse erstellen. Und zwar sagen wir hier oben erstellen. Oder nicht erstellen. Damit erstellen wir das Projekt. Wir sagen hier auf Hinzufügen, neues Element. Dann sagen wir einmal Server.cs. Damit probieren wir ein paar Sachen aus. Und zwar haben wir dann hier eine Klasse, die heißt Server.cs. Wir wollen keine Internale Class, deswegen löschen wir das hier mal aus, sondern eine normale Class. Und hier können wir dann zum Beispiel eine Funktion überschreiben. Dazu müssen wir erst mal erben von Resource. Und Resource ist in Alt-V.net drin. Das heißt, wir müssen erst mal sagen, usingAlt-V. Zack. Und dann können wir hier sagen, usingAlt-V.net. Und da sehen wir schon, Server implementiert den geerbten abstrakten Member. Resource on Start nicht und on Stop nicht. Wir können hier sagen, mögliche Korrekturen anzeigen. Abstrakte Klasse hinzufügen. Jetzt können wir diese Klasse bearbeiten. In dem wir, deswegen habe ich auch das Alt-V oben direkt mit integriert. Jetzt können wir zum Beispiel hier sagen, alt.log. Und dort sagen wir einfach, Server wurde gestartet. Dann sehen wir, wenn wir den Server starten, dass der Server gestartet wird. Und wir werden auch sowas später einbauen, wie die MySQL-Funktion, der Init zur Datenbank, das Laden von Fahrzeugen und so weiter. Und bei dem on Stop können wir wieder was sagen. Alt.log. Server wurde beendet. So, dann haben wir nämlich, unten Semikolon nicht vergessen, hier unten am Ende. Dann haben wir nämlich beim Server Start und beim Stop schon mal eine Nachricht in unserer Konsole, um zu sehen, ob wenigstens unser Server CS bereits korrekt angesprochen wird. Wir erstellen direkt noch eine Events.CS, damit wir auch gespawnt werden. Und zwar sagen wir dann hier Events.CS. Das wird eine Public Class. Darauf werden wir in einem späteren Tutorial nochmal genauer eingehen, warum. Und Public Class erbt in diesem Fall von iScript. Und iScript gehört auch zur alt.v.net. Genau, und hier können wir dann ein neues Script Event hinzufügen. Das machen wir mit eckigen Klammern. Script Event. Hier sagen wir Script Event.Type. Und zwar ist das der Player Connect. Hier habt ihr in der Liste ganz, ganz viele Events, die ihr ansprechen könnt. Und hier erstellen wir eine Funktion für. Und zwar Public Void. On Player Connect. Und das erwartet nämlich was. Das erwartet hier in dem Fall glaube ich den Player. Das heißt wir sagen hier. Player. Player. Klammer auf, Klammer zu. Und hier müssen wir dann ein paar Funktionen aufrufen. Und zwar einmal Player.Spawn. Jetzt erwartet das hier eine alt.v.net.Data.Position. Dazu können wir einfach mal sagen. New alt.v.net.Data.Position. Ich habe mir einmal eine rausgesucht. Im späteren Tutorial zeige ich euch auch noch ein Save-Buffet. Dann könnt ihr die Position hier natürlich ändern. Wir fangen an mit der X. 427. Dann 1115. Und der 326. Und Delay soll 0 Millisekunden sein. Und im gleichen Atemzug könnten wir in dem noch ein Model setzen. Dem Spieler. Wir sagen T Player. Ne das kommt später erst. Player.Model. Damit setzen wir dem Spieler nämlich ein bestimmtes Model. Dann haben wir gleich. Das wird in ein Uint gepasst. Und zwar müssen wir jetzt hier auf Pad Model zugreifen. Punkt. Und hier können wir uns dann was aussuchen. Ich nehme hier den Businessman. Und zwar den Businessman 01 AMM. Semikolon. Und damit bekommt ihr ein Model. Könnt ihr euch natürlich auch im Wiki anschauen. Welche Models es alle gibt. Hier drücken wir dann mal auf Steuerung S zum Speichern. Gehen hier auf unseren Projektmappen Explorer. Gehen hier einmal auf Erstellen. Erstellen das Projekt. Schauen ob hier Fehler kommen. Gehen hier unten auf Ausgabe. Hier steht dann Erstellen wurde am Blablabla gestartet. Und dauerte 0,0 oder 1,03 Sekunden. Bild 1 erfolgreich. Jetzt können wir auch mal schauen ob der Server startet. Das machen wir über Profil 1 hier oben. Server startet. Firewall kommt. Müsste ich einmal sagen Zugriff zulassen. So bevor wir jetzt mal auf den Server joinen. Seht ihr es wird aber nur die Chat Ressource geladen. Wir müssen jetzt noch diese Ressource in die Config einbauen von uns. Und das machen wir auch einfach direkt mal. Oh ich sehe gerade hier. Ich habe den zweiten Parameter vergessen. Das ist noch ein String Reason. Glaube ich schon wenn das so war. Script Event Player Connect. Ja. Okay. Dann gehen wir einmal zu unserem Tutorial Ordner. Zurück. Und zwar zu der Server Punkt Tommel. Dann öffnen mit Editor. Fügen hier unten unsere Resources hinzu. Und das ist unser Resource Name hier. Dann Komma. Alt V Tutorial. 2023. Gehen hier rein. Denn hier müssen wir eine neue Tommel Datei erstellen. Eine Resource Tommel. Resource Punkt Tommel. Und zwar machen wir das mit Öffnen mit Editor. Und sagen dann hier. Hier müssen wir zwei Sachen eingeben. Einmal Main. Wo unsere Main DLL Datei ist. Das ist bei uns unter Debug. Dann Alt V Tutorial. Dann euer Projekt Name. Alt V Tutorial. 2023. DLL. Und Type ist gleich C Sharp. Wir speichern das Ganze. Schauen wir mal hier ein Debug rein. Genau hier ist unser Alt V Tutorial 23. DLL. Und ich würde sagen. Wir starten den Server nochmal über dieses Profil hier. Unsere Ressource wird geladen. Die Dependencies werden gecheckt. Unsere Ressource wurde geladen. Und wir joinen mal auf unseren Server drauf. In C Sharp angekommen. Können wir dann einmal hier auf Direktverbindung gehen. Wir geben hier ein Local Host. Dann euren Port 7788 startmäßig verbinden. Und ihr seht wir sind drauf. Und sind gespawnt mit unserem Model. Das wir ausgewählt haben. Damit sind wir am Ende vom ersten Remake Part angekommen. Ihr könnt jetzt ganz normal mit der Tutorial Reihe weitermachen. Die ist auf dieses Video kompatibel. Und wie gesagt. Wenn euch das Video gefeuert hat. Lasst gerne ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Alt V Tutorial. Ciao, ciao.